Yo Leute und damit willkommen zurück zu Dawnstar of the Gathering mit dem Flash Mit Zendos, ich sterbe immer wieder Hallo Wieso sterbe ich immer wieder? Ich sterbe nicht immer wieder so wie du Nachdem wir beim letzten mal die Froschplage hatten und keiner Feuer machen konnte, dass wir verrechseln Ja Vorher wenn wir nicht drauf geachtet haben durch die Froschplage Haben wir jetzt nochmal die Map ganz komplett umgestellt Also Flash Ja Und jetzt seht ihr ja, dass wir hier mehr wieder Ansagen haben Ja aber Flints hab ich noch nicht gefunden Doch einen hab ich jetzt Ich hab zwei Söcke Dann kann ich jetzt schon mal ne Axt bauen Machst du ne Spitzhacke? So Ja dann wegen Spitzhacke, dann können wir direkt Stein machen, ne? Weil doch Damit wir mehr Flint haben Nachher haben wir gar keinen Flint mehr Braucht uns nur ein Ass abbauen Ne zwei brauch ich Und dann kann ich Steine bauen Also Stell dich mal nicht so an Ok, oben haben wir schon so ein Wurm Ding, ne? Ja, schon gesehen Und wir haben auf Centos Wünschen mal einen langen Tag Ja, nicht wirklich lang, ne? Ne, ne, also er ist jetzt nicht ganz so lang Dann teilt sie so wieder auf Dann teilt sie so wieder auf, so über die ganze Jahreszeit Gerade für den Eiflint brauch ich ja noch Egal Finde ich gleich schon Wie, du hast jetzt ne Axt gemacht? Ja Oh, ich hab doch gesagt keine Axt In dem Moment hatte ich schon lange ne Axtwaffe Ich hab doch vorher schon gesagt keine Angst Nein Weil ich schon ne Axt habe In dem Moment hatte ich aber schon die Axtwaffe Ja Oh, hier hab ich noch nen Flint Jetzt gucken, wo das Wurm noch mich hinführt So Und jetzt hab ich auch ne Axt Äh, ne, Spitzacke Ok Spitzacke Alter, was für ne Abkürzung Ich bin ganz, ganz unten Ok Ok, das ist ne gute Abkürzung eigentlich Musch Ja, gut Das wissen wir jetzt alle mittlerweile, ne? Das Ding Sein Sohn, oder? Ja Nee, Spaß, die sein Nummer, weißt du? Ja, der bin Spaß, die sein Sohn Das Ding Was ist das? Genau La 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 So, warte mal, was brauchen wir denn dafür? Falls noch, okay Ja, schon mit Hetzigkeit gut an Oh, da hast du so'n schöner Ball, komm her Wenn wir jetzt auch wieder so gut sind Wie bei den anderen, wo wir normal hatten Dann, werden wir richtig weit kommen Ja also wir sind ja acht tage war jetzt halt ein guter schnitt nein ich meinte bei der anderen ja das war mein wasser ja hat man auch gar nicht gehört jetzt habe ich gekleckert wir haben jetzt so kalt ein kleines spinnen lagermäuse aber vielleicht bock auf spinnen hat er popp gerne spinn müsst ihr verstehen ich brauche noch fünf steine ich brauche noch fünf steine dann kann ich ein großes feuer machen kann ich schon dann mach es bitte hin ja das problem ist wo ist denn das ding da bist du zu weit weg aber ich komm schon ich hab weniger regen eingestellt weniger regen einstellen und nix anschein ich habe immer feuer gleich haben feuer gemacht gleich haben jetzt gleich gleich haben gleich schon monsterfleisch gleich haben gleich schon nächstes monsterfleisch okay das war ich nicht tut mir wirklich sorry komm wir machen ein deal okay ich hab dich ab die spinnen nicht aggressiver eingestellt mit dem ding nein überhaupt nicht überhaupt nicht aua leck leck heisst tag warte mal das räume ich schon mal auf das ding hier auch mal ich muss irgendwas essen ich esse mal das keine ahnung ich esse mich erst mal naja du rennst jetzt erst mal im kreis rennen wir jetzt mal im kreis ich drück ganz seit f das geht viel besser naja du darfst das monsterfleisch auch sammeln und das darfst du auch haben hier das schenke ich dir dann schadet mir das zu geben hier auf dem fluss nein das kann ich nicht das konnte ich noch nie ähm wenn wir das schon haben dann kann ich das schon mal nein keine wow ein holzbrett ich mag unsere spinnennachbarn aber zum glück kriegt mir das nicht so doll naja hat er schon wieder aufgehört boah ein rucksack der wär immer gut ein rucksack naja gibt's auch einen ach ne machen die mal lieber selber ach schlach damit das rezept hast äh killer bienen oh nö oder wo waren der bei survival ne äh ja aua ich hab euch nix getan nein schwöre euch der greift immer die spinnen an wie gemein ist er eigentlich hallo sagt der der auch spinnen gekillt hat ne ich habe die bienen haben mich angegriffen ach so ach so ich hätte mir schon schwer machen können ne ein bassdrückchen brauche ich mir schon mal eine axt äh schnell was fressen äh und ein ach so ich brauche das ja das ist brauche ich finde das toll hast du ein Flint für mich bitte nein nein Flint danke ich steppe recht dagegen hast du aufgeteilt ne bei dir ja ich musste grad noch mal gucken wie das ging mit hrg glaube ich ja ich weiß hab ich doch grad schon arsch weil ich will mal unsere nachbarn hier ein bisschen ausschalten hallo spinnys hallo ja wieso haben wir eigentlich böse bienen weiß ich auch nicht warum wir böse bienen die ganze Zeit schon haben ich habe einfach nur was abgehalten und die greift mich an ja 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 da das ist ja ist der poste rein noch nicht weg die tun dir nix ich hab nix zum angreifen nur arsch mein ohr juckt hilfe spinn was du denn die ganze zeit da oben wow was war das denn für ein geleck ich weiß es nicht da kommt ja das hat geleckt alles ok warum sollen sie nur noch kommen weg das greift sie denn auch so ich bin gestorben sie die nachbarn auch ausschalten hallo nachbarn denn das mag euch nicht magst du auch nicht ich mag die spinnen ich feiere ich voll sind wir nicht einfach gegner ich habe jetzt plan ich bin jetzt bei ihm durchs wurmloch und wenn jetzt hunde kommen dann machen wir so ein schnick schnack weg so dass wir so einmal so hoch und runter oder sowas laufen müssen und hier ein springen können und auf anderen seite machen wir alles zu machen uns dann feuer hin aber hier schön kommen wir rüber hier ist wirklich ein schönes gebiet hier mit diesen komischen birkenbäumen finde ich geil und wo ist das aus ganz ganz oben ok ich mag das gebiet ich habe gerade noch keine lust ah spinnen wie schön hallo komm her böse spinne danke da kommt noch eine wollen wir freunde werden wollen wir auch wollen wir freunde werden warum sammeln